So, das Wochenende in Ampfing ist vorbei. Der zweite Lauf der Card Nationals und des Rockcup Deutschland ist vorüber. Wir freuen uns jetzt schon auf Kerpen 2. Kerpen 2 heißt Kerpen andersrum, in Gegenrichtung. Wurde früher mal gefahren, alle freuen sich drauf. Wir werden dort auch etwas Neues ausüben, wir werden die Superpol ausfahren im Qualifying. Aber dennoch, es war in Ampfing hier ein tolles Wochenende, tolle Gegend, eine tolle Bahn muss man sagen. EM-würdig, DKM-würdig, alle haben sich gefreut. Und wie sagt man in Bayern? Servus!